hier eine Reife, ey, du bist ja ja Gangster Ja, das bringt's echt übel, Alter, ich feiere mich So, bei Star, hebstach, Recken, abhebstach Okay, ich bin bei Ich tötte ja Justin Lander Gute Idee Schau mir wieder meine Karate 1, 2, 1 Ich weiß auch, wo Juden ist Endos sind Okay, bei Endos sind Ich bin auch Endos Okay, okay Okay, okay Schalter Du leider hast wieder so'n Dreck Boah, gleich schon wieder Bin wieder da Ey Ja, Alter Jetzt Jelter meint dein Leben Alter Der andere Aufkartyb ist übrigens da hinten Nee, Tick, hd Ja, hallo, ich hab ganze Zeit noch Granaten geworfen, du Affe Du Affe, ja, ja, ja Du bist selber ein Affe Sag, hör mal aufzuschieben Kriegater ist es beißes Bam Böhm Hey Okay, Knohenbar hat mich abgemallert, Knohenbar, seises Knohenbar, seises Knohenbar, seises Knohenbar, seises Knohenbar, seises Knohenbar, seises Was hier los, Alter Überbrief, mein Kriegater, ich tue jetzt mal den hier Oh, okay Oh, es und alles um die Gleise gefallen Aua, ok Ach Poxari Ach Poxari Ach Gott Ich dachte mir schon, soll ich einen killen? Hier da steht ganz gerade Warum hast du nicht die Fässer abgeschossen als der Nebenstand? Guck mal, er guckt die Wand an Das wäre doch die beste Gelegenheit Oh, wo bin ich denn? Boah, Alter Aber so gemein ist der Typ Peng 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 Kabumm, du bist tot jetzt Geil Oh, morgen ist der Wochenende Oh, ich hab ja keine Schule mehr Oh, ist das schon wieder geil Oh, ist das schon wieder geil Jetzt erst Ferien Nein, jetzt erst vorbei Alter, was hat er noch nicht mal Ferien? Ich hab bald erst Karneval Ferien Was für Ferien sind denn das dann gewesen? Winterferien Winterferien sind keine Weihnachtsferien Sag's mal wieder Ja, bei uns ist das nichts Na Pech Nein Ey, was war das denn? Du Justin Ich bin auch Traitor Ich bin ne Granate wieder her Du stehst aber bei mir gar nicht hier Nein Wer ist alles AFK Ey, du hast das schießt auf mich, ich creep-Grad-Häuser Ja, weil du ganze Zeit meine Granaten Nein Nein Ich sag Centicadee Ich will hier raus Nein Wer von euch beiden Traitors schießt mich am besten eben ab Ich komm hier nicht mehr raus Ich hab nen Traitor getötet Ich hab nen Traitor getötet Nein Nein, 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 nein Du kommst doch aus dem Ducksprung glaub ich, oder? Aua, du hast mich angeschossen Sorry Ja, 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 ja Was soll denn das? Du Pisser, ich hab den sogar getötet Er hat mich doch angeschossen Ey, ich war auch Traitor Na Georg, du bist ein schlechter Traitor Ey, ich war guter Traitor Ich hab den abgeballert Wer hat mich jetzt getötet? Ich nicht Ich hab aufgehört Ja, ich hab mich immer noch an der Bahn erschossen Ja, das war wirklich anscheinend Aber warum? Du bist bei deinem abgeschossen Ja, er hat danach gebattelt Er hat mich auch abgeschossen Na und? War ein guter Ich hab dich abgeschossen Ich hab dich abgeschossen Hey Du musst die magischen Mies Musst du wieder zwischengreifen Nein Gut Nein Wir jetzt alle leise Das ist jetzt aber nicht dein Ernst Doch, das ist jetzt Wir sind jetzt alle leise Ihr nicht Doch Ich möchte jemanden neuen Computer haben Boah Langsam reicht's Alter Wenn du mir schenkt Ja, hier Wieso beleidigst du mich die ganze Zeit? Oh, jetzt hab ich den leider verloren Nein, hier ist er noch Okay Hier, mein Computer Will den jemand? Ja, ey Das sind viele Computer Ja, hier, nimm den Nein, geh wir nicht Ich mach den ja Nein, ich kann den nicht Du kriegst den auf die Fresse Ey, was sind wir das? Ich bin schon Ja, Computer Ja, Computer Ich hab jeder spielen Georg, was soll das? Und jetzt hört dich heute Ja, Georg Ich hab meine Brüche Ich bin so ein Lappen Hier wird geschossen Ja, ich hab meine Brüche Ich hab meine Brüche Das ist ein Lappen, sag ich Ich überbrenne Ich bin von meiner Brüche Ich bin von meiner Brüche Ich bin runtergekommen Ich bin von meiner Brüche Ich bin runtergekommen Was? Doch, Bowser hatte eine Brombe in der Hand Was? Hat einer von euch Hat einer von euch In Minecraft Die Hunger Games Kids Äh, Jackhammer Und der Fireman Nein Nein Oh, muss ich weiterfragen gehen Oh Gott Dankeschön Was ein Wichser So, weiter Ich bin bei Boxari, ne? Ja, ich auch Ich wollte hier grad Minecraft zocken Jetzt ist der Computer kaputt, ey Oh Ich glaub das ich halt Ach man, ich will in den Headshot gehen Ah, guck hier Ich bin aber kein Traitor Komm hier Wo ist die Tür hin? Die hat mich abgegessen, Entschuldigung Wo ist die Tür Ey, ist ein Toter Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Kann das vielleicht jemand sagen? Ich 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 und ich Okay, wer hat Sentecadier getötet? Du etwa? Okay, Evo Furry ist wahrscheinlich Da liegen überall Leichen Ach Jawohl Hm Erstmal Terror-Town Wieso zocken wir eigentlich kein Teamroom Terror-Town ist gut Ne, Teamroom braucht hier ewig zum Laden Achja Antikadier ist ein Spasti Es gibt da eigentlich viel mehr Maps, oder nicht? Ah, ich hol mir jetzt was Ja, keine Ahnung Ich bin kein Spasti Wie gesagt, als wir damals Terror-Dime bezockt haben Da waren auch viel mehr Ne, die Maps müssen in dem Maps-Ordner sein und im TTT-Ordner Geil Oh, ja Ich weiss nicht, ob es daran liegt Geil Was ist das für ne Map? Terror-Town Eine relativ große Seine Schnauze ist entdeckt Du bist ein Lappen Du bist ein Lappen Oha Ich lebe dich da Du fährst ja mal auf den versteckten Fallen und brauchst du einen Lappen Hält's mal Du bist doch selber fast reingefallen Ja, aber nur fast Du bist reingefallen mit Lappen Ich sollte vielleicht nicht zu viel aufnehmen Sonst ist deine Festplatte kaputt Ach, die heilt's noch 10 Stunden aus, ey Aber ich mein nur wegen dem Hochlauen und so Ich hab nur noch 250 Gigabyte frei Wieso suchst du nicht nur die besten Sachen daraus? Keine Ahnung Oder machst du das? Achso, okay Ne, ich läd' eigentlich alles hoch Alles Raussuchen Ja, hab ich schon gesehen, glaub, deswegen Dann müsste ich ja schneiden Das dauert ja ich Ja, ich hab aus meiner Folge damit Was weiß ich wie lange die war Eine Folge grad mal rausgemacht Ja, du warst ja eine ganze Zeit lang nicht da Ja, okay, ja Ich mein, das mein, was ich jetzt noch hab Kann ich auch nochmal zwei draus machen Und aus dem, was ich jetzt bisher aufgenommen hab Kann ich auch nochmal acht draus machen Das wären 10 Stück Alle zwei Tage veröffentlicht Das war das 20 Tage Terror-Ton ist echt chillig Aber ein bisschen dunkel Ja, dann such halt das Beste raus BANANA Es hat eins an der Dunkel-Ton Oh, dein Team-Up ist echt cool Ist so dunkel Lachen-Barberschützen Terror-Ton Ich hab wieder das tolle Skrippel-Braws gegen uns da oben Ach, hier kann ich Minecraft zocken So Ah, ich hab keine Waffe Hallo Evoferi Pfff So Ich bin Minecraft Evoferi ist Strater Ich versteck mich kurz Ich geh jetzt auf den Turm und Sniper ein bisschen Evoferi ist Strater Ja Hui Machen die Tür auf und geh in ein Haus Und dann geh ich wieder raus Oh, geil Da vorne ist ein Auto Innocent Traitor Innocent Okay, wer hat Traitor gesagt? Ist er Knochenmose? Nee Pfff Justin Hä? Pfff Ich spieg auf die Runde Minecraft Hier ist noch Platz frei Lüg'nicht Zante KT ist auch Traitor Sie haben doch alle Traitor Wieso wir Wohin Räu und Wohin Zante KT ist es zante KT ist es Bist du so? Ich hab auch für die 60gemacht da heute nö? Jaja, dein Mooney hat früh 60gemacht Ok, 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 Evoferi ist So, ich bin wir da in der Übrigen wo Farrier ist, habe ich gehört? Nein, 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 das ist Knochenbowser, das ist Knochenbowser Ja, ja, deswegen schießt du mich ab, du Nappen Ich habe Knochenbowser gekillt Ok, Evo, warte, nicht Prüf mal Knochenbowser Konfirm ihn, du hast ihn gerade abgeschossen, jetzt konfirmst du ihn Ich sniper hier, ich gehe jetzt nicht da runter Doch, gehst du Oh Gott, nein Was, was ist mit mir? Leut, ist gerade nicht mehr abgestürzt, oder? Das ist ein, ich weiß nicht wer das ist Ein Knochenbowser Er ist gerade nicht mehr zerklatscht, ja Hallo Er hat gerade nicht mehr abgeschossen, der Sendik hier Nee, ich habe niemanden abgeschossen Das ist eine Fake-Leiche Sendik ist es Ich war dabei Ich bin jetzt nicht Ich bin zwar gerade angekommen, aber Sendik ist es Fassen wir uns das auf Ja, warte Kommt jemand eine Runde Fernseher gucken? Nee Ja, ich komme, ich bin zwar tot, aber ich komme Ok Hey, hör auf, Evo-Filming Ja, hat jemand abgeschossen, mal gucken Ja, ja, hast jemand abgeschossen Weil du, Fail Ja, Fail Ja, ich habe ihn hier abgeschossen, Alter Wer schießt? Wer schießt? Oha Jawoll Wer schießt da? Ich bin einfach aus dem Fenster gefallen, Alter Ich habe direkt gesagt, Justin ist Traitor Aber wir gucken hier Fernseher Nicht abschießen Ich habe gesagt, Justin ist Traitor Du hast gesagt, Sendik ist Traitor Und einer hat gesagt, Mr. Knochenbowser ist Traitor Und dann habe ich ihn abgeschossen Kommt hier jemand rein? Ich habe gesagt, ich bin Traitor Dann hat einer gesagt, ich bin Traitor Und du hast alle gekillt Oh Oh, Headshot, Alter Headshot, geil Und da oben kannst du Minecraft suchen, Creep Gator Oh, echt geil, wo? Ja, da war ich auch die ganze Zeit Ah, schön So gewinnt man hier die Runden So locker Easy Jawohl, ich bin wieder in dem Haus Locker easy Noch eine Runde Fernseh gucken War das denn der Pär eigentlich dabei, wo wir damals zu 6 Minecraft aufgenommen haben? Zu 6? Ja, SG-Runde haben wir mal zu 6 aufgenommen Das war ein Wirrwarr Im TS dann Das war möglich, ja Ich weiß nur, erste Runde hide and seek, als das nur drauf kam Stimmt So, ist hier dann immer noch afkar? Weil das steht hier so schön rum Und ich bin nur nur so Ich will die nicht töten Und ich bin nur so 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 Und wer schießt denn da die ganze Zeit? Ich hoffe, ich bin in Japan Wer schießt da? Dein Raum, mein Raum Ey, da kann man aber Minecraft drin zocken Meine Mundi ist lecker Scheiße Na, Georg, bist du's einfach? Na, hier, komm Georg, bist du's? Der linke ist im Handstuhl Ah, nein, ich bin nur Du bist Traitor, oder? Also, ich zock grad mit Santic Minecraft Na, wenn ich gleich nicht mehr hier bin, dann Ey, du machst mein ganzes Computer kaputt Das war immer Ey Georg, du hältst dein Maul, wenn du tot bist Ey Okay Ich hab' deinen auch gestört Okay Mein Stuhl steht noch Willst du den nicht auch noch hoch? Ne, den Stuhl nehm ich jetzt mit Und die Mäuse? Also sind die Temperatur Ach, ich geh direkt schlafen, weißt du das? Hier kommt einer rein Der will unsere Minecraft-Party-Stelle raus Raus hier Raus, wir haben mir grad Minecraft gezockt Wir sind ausgerastet Wenn du bei 3 nicht raus bist, stirbst du Das ist nur eins Das ist der Knochenbohr Sech, zwei Ich hab' ihn getötet, aber nur, weil auf den Acht-Typ geschossen hast Hebo Furry raus 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 Das ist der Knochenbohr erzählt auf mich Hebo Furry Hey, raus mit meinem Bett, was ist eckig Ach komm, da gehen wir halt Fernsehgucken, Santic Hier kann man das gut Hier kann man das gut Das böse Gefühl, der fängt da grad nicht C4 hin Wer? Guck wie er am Rand steht Ey, Geo, komm einhergeflogen, guck mal wie er am Rand steht Kommt jetzt mal mit Fernsehgucken Santic, okay komm Ich glaub mich nicht, der kommt da gleich rein und zündet Zwei von euch sind Traitor, ne? Oder er hier? Dann lass den killen, Santic Nein, er wird springen Hui Ey, der lebt immer noch Alter Boah, ey Der war bestimmt Traitor Nein Boxer in der Nazi Ey, wer ist von euch Traitor? Du wirst es nicht, sonst hättest du jetzt grad zurückgeschossen, so gut Warte Nö Also ich bin noch bei Santic und Oh, okay der war doch nicht Okay, ich glaub ich werd gleich gleich kamergebäumt Nein, wer ist das nicht? Ey, sagt gelegt Ja, er war wirklich Traitor Ich hab einen Traitor umgebracht Ich hab die dann umgebracht, wer ein Traitor, ich bin umgebracht Dann ist es Knochenbauer Na, muss Knochenbauer sein, oder du halt Dann tötet ihn, tötet ihn, tötet dich einfach Okay Ich hab auf jeden Fall einen Traitor getötet Ja, der sagt auch nix, der sagt auch nix, der ist voll auffällig Ich seh ihn aber nicht, man Junge, der lebt mich, nein, nein, der ist es Ich bin ja noch Sand Halten wir fest, wir sind alle Innos Ja Ja Genau Da hattest du was Ich glaube Pöxar ist Traitor Ja, glaub ich auch Ja, glaub ich auch Da hattest du Und da hattest du natürlich sofort, alter Hattest du aber Hattest du wohl gern Los mit euch Ich hab keine Mutti mehr Huch Kann denn sowas passieren? Habe ich jetzt nicht gehört Ich hab keine Mutti mehr Hattest du mal Ja, du bist Und du bist Ja Gutes Ja Ja Ich hab unter Du bist Ich brauche Hey, was war das? Ey! Man! Das war echt scheiße. Aber ich hab mit deinem Rifle auch nicht einmal getroffen. Ich bin von euch allen enttäuscht, ihr Pisser. Tut mir leid.